Kommando abgelehnt. Boost abgebrochen. Wärme und Wärme. Einträglingsalarm Annäherungsalarm Feinde entdeckt Geschwürdige Eingang Aktualisiere Kommando abgelehnt Wust abgebrochen Brenn Moraea Maskierung deaktiviert Moraea Andockerlaubnis erteilt Maskierung aktiviert Terranisches Protektorat Willkommen Pilot Nummer 3 Waffeneinsatzfähig Komando abgelehnt Boost abgebrochen Moraea 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 Mögliche Eingang bestätigt. Erwarte Durchbrechung. Ihre Kollegin bittet um Ihre Unterstützung. Betreten Sie die Struktur in Ihrem Raumanzug und versuchen Sie diese Tür zu öffnen, um Sie beide hineinzulassen. Maskierung deaktiviert. Es sollte einen Wartungsschalter geben, auf den Sie möglicherweise vom Raumanzug aus zugreifen können. Schalter in dieser Struktur reagiert auf die Polarisation des Handlasers und des Reparaturlasers, um zwischen den Zuständen umzuschalten. Andere Schadensmittel sollten ebenfalls ausreichen, die Schalter sind robust genug, die meisten Arten von Missbrauch zu bewältigen. Erwartet Piloten. Andock Erlaubnis erteilt. Ihre Kollegin scheint in gewisser Hinsicht beeindruckend fähig zu sein, aber Sie scheint Ihren eigenen Fähigkeiten als Pilotin nicht zu trauen. Ich bin aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Machen Sie sich keine Sorgen um diese Dü... Nach dem Sammeln der Daten werden Sie einen anderen Weg hinausfinden. Maskiert erwarte Durchbrechung. Und我不知道 ein paar Sekunden, das Sie schwer machen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erwarte befehle Erwarte befehle Erwarte befehle Erwarte befehle Erwarte befehle Erwarte befehle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mission abgeschlossen. Richte Langstreckenablink zu Kuru-Mankami ein. Transferiere Expeditions-KI-Kern MK7. Leben Sie wohl, Pilot Nummer 3. Erlkönig. Erlkönig. Untertitelung des ZDF, 2020 Erfolgreich angedockt. Moraya. Untertitelung des ZDF, 2020 Maskierung aktiviert. Erreiche System. Grausamer Vorstoß. Alles in Ordnung gebracht? Ich komme zu Ihnen rüber. Erreiche System. Familie Zinn. Tut mir leid, Freund. Ich fürchte, ich muss mich zurückhalten. Mit dieser Kybernetik und diesem Schiff würde mich jeder Terraner, dem wir begegnen, bei Sichtkontakt erschießen. Erreiche System. Herr Amen. Kahn. Etwas hat uns getroffen. Kahn. 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 Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.